Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Babel Time. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Folge vom Fußballtalk und heute geht es nicht, wie ihr eventuell erwartet, um die Europameisterschaft. Nein, heute geht es um Deutschland gegen England. Diese beiden Urfußballnationen haben gestern für euch, gestern für mich gerade eben, ein Freundschaftsspiel bestritten und zwar in Berlin und das Ganze ist mit 2 zu 3 geendet. Deutschland hat 2 zu 0 geführt, 2 zu 3 am Ende verloren. Ich möchte mal ein bisschen meinen Senf dazu abgeben. Ich habe ja bereits zu beiden meine Meinung gesagt, wie sie bei der EM so abschneiden werden bzw. wie die Chancen stehen, wenn ihr das nicht gesehen habt. Schaut auf jeden Fall mal das letzte Video dazu an. Das ist das EM 2016 Gruppe A bis C Chancen Video. Lohnt sich auf jeden Fall und heute war mal so ein bisschen ja quasi Testphase bzw. Beweisphase, was denn da so funktionieren könnte oder halt auch nicht funktionieren könnte. Bei diesen beiden Mannschaften, heimlich verkalkuliert, habe ich irgendwie falsche Erwartungen an diese beiden Teams oder es ist alles gar nicht mal so falsch und scheint sogar ziemlich genau so zu sein, wie ich es erwartet habe. Zunächst einmal muss man ganz ehrlich sagen, Respekt an die englische Nationalmannschaft, die 0 zu 2 aufgeholt hat gegen den Weltmeister und am Ende 2 zu 3 gewonnen hat bis zur, ich glaube 60. Minute oder so, sah es echt gut aus. Aber Deutschland hat einfach sehr, sehr große Fehler gemacht. Das liegt mir wirklich fern. Auch wenn ich Deutscher bin, auch wenn ich natürlich für die deutsche Nationalmannschaft bin, liegt es mir fern, wirklich irgendwie auf Spieler so mit Hasspredigten einzugehen. Bei der WM vielleicht, bei Freundschaftspielen schon mal gar nicht. Bei Hannover könnt ihr das erwarten nächste Saison, wenn die spielen und Scheiße spielen, dann gibt es richtig Feuer. Aber bei Deutschland ist es so eine Sache, dass es, ja gerade Freundschaftspiele jucken mich da nicht so extrem und weil es halt auch keine 96er sind und halt einfach nur Deutschland und nicht irgendwie mein Lieblingsverein, denke ich meistens auch vollkommen verständlich. Ja, zunächst einmal er ging Deutschland in Führung und zwar durch Mario Gomez. Allerdings wurde dieses Tor aberkannt, zu Unrecht muss man dazu sagen. Es war nämlich kein Abseits bei seinem ersten Tor seit 2012. Der hat seit 2012 nicht mehr getroffen, war ja allgemein komplett abgeschrieben im Nationalteam, aber er ist jetzt richtig stark wieder zurückgekommen. Hat in meinen Augen ein richtig gutes Spiel gemacht und auch sein Tor gemacht. Im Endeffekt dann doch noch, im Endeffekt sogar zwei, als er erst hat er nicht gezählt. Aber trotzdem hat er gezeigt, dass er mittlerweile bei Bejik das schon einige Fähigkeiten wiedergefunden zu haben scheint und dass er auf jeden Fall ein Kandidat sein sollte für die, ich denke, er muss mit. Er hat seine 19 Saisontore oder sowas hat er gemacht, ist der Top-Tor-Schütze in der Super League und das sollte auch gewürdigt werden von Jogi Löw. Der hat es auch gemacht, er hat ihn reingesetzt und er hat es zurückgezahlt. Von daher, denke ich mal, kann man das auf jeden Fall so machen. So, nach dem 1-0 kam dann allerdings das richtige 1-0, eigentlich das 2-0, wenn das alles das Tor gesehen hat. Aber darüber kann man drüber reden. Toni Kroos mit einem Fernschuss. Jack Butlan hat sich leider Gottes schon vorher verletzt, sah beim Gegentreffer nicht ideal aus. War aber auch ein schöner, strammer Schuss mit dem linken Fuß von Toni Kroos. Der ist ja beidfüßig in der Situation, hat er es mal wieder gezeigt. Und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Hat mich auch gefreut für Kroos, weil ich den sehr gerne mag und weil er auch bei Real Madrid sehr gute Leistungen gebracht hat. Und weil er trotzdem immer noch so ein bisschen in meinen Augen der unscheinbare Mittelfeld ist bei Deutschland, der von den Fans noch nicht so gehypt wird. Vielleicht ändert sich das bei dieser Järm, ich bin gespannt. Auf jeden Fall war das eine richtig gute Leistung und ein richtig schönes Tor von ihm. Gerade in der ersten Halbzeit der absolute Stratege im Mittelfeld. Zweite Halbzeit nachgelassen, aber trotzdem das Tor gemacht und damit seinen Job natürlich erfüllt. Danach war Halbzeit, es passierte nicht so sonderlich viel. Gerade England hatte in der Anfangsphase eigentlich ein bisschen mehr vom Spiel in meinen Augen. Hatte auch theoretische Chancen, aber es war nichts wirklich Zwingendes dabei. Und hinten haben es halt zu passiv verteidigt. Dementsprechend das 1-0 und auch das 2-0 in der zweiten Halbzeit. Jonathan Tah kam rein für Mats Hummels. Defensiv änderte sich bei Deutschland eigentlich erstmal nichts. Es war nicht sonderlich viel, was England gemacht hat, nicht sonderlich viel Gefährliches. Und auf der anderen Seite wunderbar geschnibbelter Flankenball von Sami Khedira. Und der Kopfball von Gomez ist perfekt. Jack Fraser Forster, der eingewechselt wurde für den eben verletzten Jack Butlin, kann er absolut nichts machen. Der ist riesig. Der Typ ist eine unglaublich beinerte Persönlichkeit in meinen Augen. Aber da kommt er nicht ran. Und das war ein perfekter Kopfball. Und damit Gomez erstes Tor seit 2012 bei der EM gegen Niederlande. Das ist auf jeden Fall schon mal respektabel. Glückwunsch an ihn an dieser Stelle. Und das war das 2-0 für Deutschland. Es sah so aus, als ob man den Sieg mitnehmen würde. Beziehungsweise diesen, ja was heißt mit nach Hause. Man war ja zu Hause so gesehen. Oder auch nicht. Denn das ist eine Sache, die ich auch noch ansprechen möchte. Was war mit den Fans los? Also bitte. Ich habe ein Bild auf Facebook gesehen. Vielleicht packe ich das jetzt hier unten hin. Vielleicht packe ich es auch nicht da unten hin. Aber das ist ein Banner. Und da steht, dass die die Sachen hochhalten sollen. Die Unterstützung. Ich meine, was? Die Mannschaft. Wie flamandschaft. Schon komplett bescheuert. Ich meine, klar, okay. Wir sind in der EM in Frankreich. Und man soll sich mit denen solidarisieren. Auch gerade wegen den Terroranschlägen. Aber deswegen, wie flamandschaft. Weiß ich nicht. Irgendwie total Panne in meinen Augen. Und naja. Die Stimmung war auch total Panne. Also von den deutschen Fans, abgesehen von den Toren, kam absolut nichts. Die Engländer. Die haben die ganze Zeit so eine Party gefeiert. Richtig geil. Ich war richtig neidisch. Ich wäre da gerne bei gewesen. Die ganze Zeit. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie das Lied geht. Don't send me home. Please don't send me home. I just don't want to go to work. Richtig geil. Die ganze Zeit. Die haben doch alle möglichen Lieder gesungen. Ja, das war richtig nice. Allgemein. Alle England-Fans zusammengerottet. Und alle England-Fans zusammen halt ihre Mannschaft unterstützt. Und im Endeffekt belohnt worden. Ich muss ganz ehrlich sagen. In England gibt es ja keine Stehplätze. Das liegt ja gerade auch an der Hillsborough-Katastrophe unter anderem. Aber ich glaube, gäbe es in England Stehplätze. Und wäre die Fankultur dann noch ein bisschen ausgeprägt, als sie sowieso schon ist. Da ist ja dann mehr die Pappkultur. Dass man so in eine Kneipe geht. Das ist ja da extrem. Also wirklich krass. Wirklich ganz krass. Was ist denn jetzt los hier? Keine Ahnung. Also das ist ja wirklich ganz krass da. Aber die Stadion-Kultur nicht so. Weil es auch keine Stehplätze gibt. Gäbe es da Stehplätze. Ich glaube, England wäre schon ein ziemlich großer Konkurrent auf die deutsche Fankultur. Weil das heute war wieder ein perfekter Beweis dafür. Ich meine, die mögen es und die lieben es nach Deutschland zu kommen. Weil sie diese Stehplätze haben. Weil die Tickets günstiger sind. Und das haben sie heute wieder perfekt demonstriert. Was für geile Fans England eigentlich hat. Ich meine, die Fahnen waren schon cool. Mit Coventry City beispielsweise. Das ist so ein Feind. Das ist glaube ich so, keine Ahnung, Sonnenhof Groß Aspach. So im Verhältnis zu dem Bundesliga-Verein. Aber trotzdem hängt da eine Fahne. Auch wenn es natürlich ein renommierter und traditioneller Verein ist. Das Weitere muss ich übrigens noch dazu sagen. Ticketpreis ist natürlich auch so eine Sache. Weil Länder spielen immer sehr, sehr teuer. Aber in England sind die Preise ja allgemein unglaublich und utopisch hoch. Ich glaube, wenn man mit Stehplätzen dagegen arbeiten würde. Was aber wahrscheinlich niemals durchkommt. Beziehungsweise in naher Zukunft erstmal nicht durchkommt. Und die Ticketpreise von irgendwie 720.000 Euro per Season-Ticket. So ein bisschen runter gehen auf vielleicht 500.000 Pfund pro Season-Ticket. Das ist natürlich Spaß. Das ist Sarkasmus, klar. Ich glaube, dann könnte man die englische Fankur noch ein bisschen beleben. Und dann würde sie auch nicht mehr so belächelt werden von den Deutschen. Die allerdings gar kein Recht dafür zuwürdig haben. Weil heute war es ein perfektes Beispiel. Von den deutschen Fans kam nichts. Also wirklich gar nichts. Das war peinlich. Und peinlich war auch die Vorstellung der deutschen Mannschaft in der Defensive. In der zweiten Halbzeit. Beziehungsweise nach dem 2-0. Offensiv ging nicht mehr viel. Sie hatten noch ein paar Einschussgelegenheiten. Özil hat zwar mit rechts versucht. Ist halt ein Linksfuß. Hat man bei dem Volley-Versuch ganz gut gesehen. Und dann kam Harry Kane. Und dann kam Harry Kane richtig. Der hat vorher gute Ansätze gezeigt in meinen Augen. War schon ganz stark. Und ist dann als Phantom maskiert im 16er aufgetaucht. Hat sich einfach nur um die eigene Achse gedreht. Beziehungsweise ist einfach mal auf der Stelle um 180 Draht gedreht. Die komplette Verteidigung genaht. Dann sah es schon auch nicht sonderlich gut aus. Und Neuer kommt da auch nicht mehr hin. In meinen Augen ist es sowieso so, dass Neuer nicht der weltbeste, super, mega, krasse Torwart ist. Zumindest nicht im Vergleich zu Anarkiebern. Also so ein Buffon steht Neuer in meinen Augen um nichts nach. Neuer steht einfach nur bei Bayern. Und bei Deutschland. Dementsprechend bei einem guten Nationalteam. Ist im besten Torhüteralter. Und hat halt diese unglaubliche Medienpräsenz. Beziehungsweise diese Präsenz allgemein. Auch durch dieses revolutionäre Torwartspiel. Was ja mittlerweile aber auch nicht mehr wirklich funktioniert. Und vor allem auch nur bei ihm funktioniert. In meinen Augen gibt es Keeper, die stärker sind als er. Und beispielsweise glaube ich auch, dass Butland in der Zukunft stärker sein wird. Erstmal an denen gute Besserung. Keiner weiß, was er hat. Aber das sah nicht so schön aus. Und der ist ein richtiges Talent. Und ich glaube sogar, dass der irgendwann besser sein könnte als Neuer. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um das 1 zu 2. Das war stark gemacht von Kane. Und dann kam Vardy Party. Und kaum war Vardy Party drauf, stand es auch 2 zu 2. Und wie es 2 zu 2 stand? Der hat direkt mal einen richtig genaßen Kopfball zurückgelegt. Auf Klein habe ich schon gedacht. Gut erobert. Da hat man wieder gesehen, der ist ein Poacher. Der ist ein Kämpfer. Der geht dahin, wo es wehtut. Der ist ein richtig genialer Stürmer. Und dann kommt der Ball von Nathaniel Klein in die Mitte geschlagen. Und was macht er? Der spielt mit Rüdiger Wasserwelle und macht den Ball mit der Hacke rein. Also Vardy ist ein Torjäger. Keine Frage. Aber normalerweise nicht der technisch stärkste. Zumindest in meinen Augen. Aber wie er das Ding reinmacht gegen Neuer auch noch. Wei, oh wei, war das geil. Ich habe mich richtig für ihn gefreut. Ich habe mich richtig für die englischen Fans auch gefreut. Das war ein geiles Tor. Das war aber auch scheiße verteidigt. Ich weiß nicht, normalerweise müsste Hector da gestanden haben. Aber keiner hat Druck auf Klein ausgeübt. Ich weiß nicht, was da los war. Auch auf Kane war kein richtiger Druck zu spielen. Mal 1 zu 2. Und das ist das größte Problem der deutschen Nationalmannschaft in der Defensive gewesen. Der Druck. Der Druck, den Oliver Kahn während seiner Karriere die ganze Zeit verspürt hat. Er war nicht da. Ich weiß nicht, was da los war. Naja. Und dann kam es, wie es kaum musste. England hat auf den Sieg gedrückt. Dele Alli, der hoffentlich so auskommen wird und nicht Dele Alli oder wie auch immer. Oh, Belariti. Oh, Gottes Willen. Irgendwann in der ersten Halbzeit. Alli Dally. Genau, Alli Dally hat er irgendwie gesagt. Boah, ey. Dally Alli heißt er in seinem Aussprache. Kann man ja die Dialekten nennen. In seiner, weiß ich, keine Ahnung. Ganz bescheuert. Ganz dämlich. Aber gut, wie er meint. Naja, auf jeden Fall, Dele Alli hat eine Riesenchance vergeben. Allgemein hat der England gute Ansätze noch gezeigt. Aber es brauchte tatsächlich bis zur 90. Minute. In der 90. Minute kommt Henderson, der ein richtig starkes Spiel gemacht hat als Kapitän in meinen Augen. War er Kapitän? Ich weiß nicht, ob er Kapitän war. Auf jeden Fall war er sehr, sehr stark über die ganzen Partien weg. Und hat eine Ecke rausgeholt. Er hat sich da schon beschwert, der war schon ein bisschen angefressen. Und dann bringt er diese Ecke rein und da steht Eric Dyer. Der zweite Spur, der ein Tor macht. Wir haben einmal Harry Kane, Dele Alli hat eins machen müssen. Und dann kommt noch Eric Dyer, der macht auch eins. Auch Rose hat ein gutes Spiel gemacht. Also alle vier Spurs mit einer guten Leistung. Aber Dyer halt auch nochmal mit dem Tor. Und jetzt ist die Frage, 90. Minute. Man spielt zu Hause im Olympiastadion. War nicht ausverkauft, aber war eigentlich ganz gute Stimmung, dank den englischen Fans. und man stellt Schürrle zu Dyer. Wo ist der Fehler, liebe Freunde? 1,79 gegen 1,88 schon mal nicht gut. Schürrle als Offensiver, als nicht gerade Kopfballstarker, jetzt in Fall Kao, das ist was anderes. Aber Schürrle gegen Dyer, bisschen dämlich, oder? Und Rüdiger und Taten, gar keinen Mann irgendwie, so gefühlt zumindest. Ich bin mir nicht sicher, ob die das verteidigen hätten können, weil Dyer wirklich ein guter Kopfballspieler ist. Aber das war schon bitter. Naja, er köpften rein, nach der Flanke von Hendo und es steht, naja, 3 zu 2 im Endeffekt für England. Und sie gewinnen das Spiel, in meinen Augen auch verdient. Es war eine gute Leistung von England und die zeigen, dass die bei der EM auf jeden Fall Chancen haben, wie ich es gesagt habe. Ich glaube, die sind mit Favorit. Einfach, weil sich was getan hat seit der WM und einfach, weil Hodge mittlerweile einen Plan hat. Deutschland schwächelt noch. Natürlich experimentiert man. Schaden auf rechts wird keine Dauerlösung sein. Auch im Mittelfeld, angeschlagen. Ich glaube, Gündogan wird irgendwann noch zurückkehren. Ich meine, Kedira und Kroos ist schon ganz gut. Aber Reus davor, Özil, Müller, Gomez. Die Offensive steht. Die Defensive, ich weiß ja nicht. Hummels? Ja, Boateng wird zurückkehren, denke ich mal, irgendwann für Rüdiger. Rechts immer noch die Frage. Links, Hector? Joa, ist in Ordnung. Trotzdem war das noch nicht alles. Also da muss noch mehr kommen. Ich bin gespannt, was kommen wird. Aber das war schon mein erster guter Vorgeschmack. England, wie gesagt, sehr gut. Deutschland, naja. Und Warley Party, in meinen Augen der Held, weil das war die geilste Szene des ganzen Spiels. Das war es von meiner Einschätzung zu diesem Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mal eure Meinung zu der Partie zwischen Deutschland und England in die Kommentare. Natürlich werdet ihr das gleich auch nochmal zu den Deutschland-Niederlande machen. Spielen die gegen Niederlande? Ich glaube, ja. Ja, ich... Ne, Italien, ne? Ach. Gegen Irgendwens spielen sie noch. Seht ihr mal, Deutschland juckt mich so unheimlich. Ich hätte doch normalerweise niemals dieses Spiel geguckt, wenn ich nie wach bleiben müsste. Weil meine Freundin abhole. Herrlich. Ich bin ein geiler Typ. Ein geiler Freund, meine ich. Wie auch immer. Das war es von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr es euch mal an lassen, Daumen nach oben da. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und tschau. Macht's gut. Haut rein. Und tschau.